Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars die Skywalker Saga und zwar müssen wir jetzt die Starkreller Basis müssen wir betreten hier ist natürlich ein tausendstein aber ich habe da vorher schon etwas bling 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 gesehen nur dass ihr euch nicht wundert warum läuft der direkt dahin wie gesagt ich habe das direkt gesehen ne bling bling und so das kann man nicht mehr sehen gut dann betreten wir mal die Starkreller Basis mal gucken was uns erwartet ich weiß gar nicht warte Einstellungen Option Videoanzeige 60 also ok ja ja die habe ich ganz ehrlich gestellt ok gut dann let's go lasst die Spiele beginnen los Bewegung wir müssen bei der Tür bereit sein wenn Ray sie öffnet ok gutes Mädchen hat er uns gesehen ne ne willst du uns in die Luft jagen hey als ich sie fallen ließ haben wir uns nicht in eine feindliche Basis geschlichen und der Falke hat es überlebt komm schon wir haben zu tun ja und jetzt er geht's nicht weiter werfen wir die Ladung einfach hier runter alter Perfektionist na schön dann können wir eben rüber ok Lul was war das denn wie ein Bug ich bin einfach runter geflogen ach weißt du was leck mich tier jawoll sehr gut anstecken oder der nächsten damit jawohl weg mit dir nur das neuner mache weg mit dir ich hoffe das mit dem ton müsste mit dem ton müsste eigentlich jetzt passen weil ich habe gerade gesehen es hat nicht gepasst also es war viel zu laut also nicht gerade in den letzten let's play videos war das ein bisschen zu laut diese videos also let's play videos deswegen an dieser stelle tut mir das nochmal leid ich habe das jetzt alles nochmal für besser korrigiert ich hoffe das ist jetzt angenehmer als vorher kann man mal hier runter springen ich hoffe doch ok wir müssen nach oben ich komme aber nicht rein ok was ist das achso ne musst du hin ach da muss angesteckt werden ok war das die letzte dann nichts wie raus hier auf jeden bevor wir raus gehen hier ist noch ein Schalter für nichts naja hätte klappen können ok ich würde sagen let's go wir zerstören jetzt den Stark mein sohn willst du mir helfen ja danke feuert auf das ziel gebt alles was ihr habt alles zerstören ja mach ich doch weg mit euch das ist mir scheißegal von wo ihr kommt wo seid ihr scheiß fliege auf der seite drauf ich bin gebraucht verstanden ich komme dir zuerst dann waren alle ihre Türen irgendwann zu freigeschaltet abgeschlossen weil er aber nicht war jetzt der einzige der dieser Türen war am Rand scheint als gäbe ist Millionen verdient okay wir fliegen rein let's go perfekt sehr gut es war ein mini das war ein mini hat man sich eingesammelt 0 was hat das ein viel okay ich dachte es ist eingesammelt so es gehört mir genau kommt holz dir zum zweiten mal ein lichtschwert in der hand und dann gleich gegen kylo renn ich bin noch anfänger also schön langsam abgemacht mit dir kommen er kein um das lichtschwert nicht verdient nein du kriegst es nicht keine ja wir müssen ihn nach los und her damit hallo ok oder auch so tschüss das ist hier durch bisher eine schottsammlerin und ein paar der planet bricht auseinander wir können ihn nicht davon kommen lassen hinterher mit ihr was ich die ganze zeit machen könnte warte was ich jetzt bemerkt habe natürlich entschuldigung an dieser stelle ich habe alles ganze zeit verstört in diesen ganzen let's play folgen bei oben rechts wird sowieso nicht damit gezeigt du hast keine chance du hast keine chance hey was ich jetzt sind wir in der reihe let's go jawoll jetzt geht's los lasset die spiele beginnen hallo hallo da bist du ja wieder wir müssen den aufhalten wir müssen an dem ding hier vorbei damit es fällt noch die anderen so dass wir ja teile fehlen noch egal wir gehen weiter komm her ok jetzt haben wir die hose können wir den helm auch noch ich hoffe ui aha haben wir sogar minikets jawoll oh ist da noch einer ja war hier die sehr schön und hoch da wo bist du ja komm her nein oh fuck gefällt stell dir vor was du mit der richtigen ausbildung erreichen kannst oh fuck ist klar ja jawoll jetzt bin ich an der reihe du brauchst einen lehrer ich kann dich mit der macht vertraut machen nein kannst du nicht du j und du du alle guten dinge sind zwei das frage ich mich auch aber wir haben das nächste level abgeschaltet starkeler zerstört starkeler basis zerstört natürlich war jede erreicht das auf jeden fall eine herausforderung von drei abgeschlossen dann zwei minikits haben wir eingesammelt und die charaktere haben wir freigeschaltet amal jess papa dann wei dann einmal kylo wenn kylo wenn ohnehin und poi damarons schwarz das bb 8 sagt er müsse uns etwas zeigen es ist zweifelhaft dass er zu den rest der karte in seinem notfall speicher hat okay was ist das freies spiel bb 8 muss uns irgendetwas zeigen ich bin gespannt was ich denke mir seid auch gespannt was natürlich dass ich das euch ein bisschen teaser da wenn es euch gefallen hat wie gesagt lasst mich das gerne wissen mit einer bewertung schreibt gerne was in kommentaren und abonniert gerne meinen kanal um keine weiteren let's play videos mehr von lego star wars die skywalker saga mehr zu verpassen euer bastis raus vielen vielen dank dass du es zugeschaut hast und bis zum nächsten video hier auf meinem kanal und ciao ciao vielen vielen dank wie gesagt für deine aufmerksamkeit und das war es erstmal an dieser stelle für lego star wars die skywalker saga ciao ciao bis zum nächsten mal hier auf meinem kanal also bis zur nächsten folge bis zum nächsten mal hier auf